Was bei uns wichtig ist, ist diese Leidenschaft für Sport. Jeder, der bei uns arbeitet, hat in irgendeiner Form etwas mit Sport zu tun. Es muss jetzt nicht zwangsläufig Crossfit oder Gewicht heben oder Kraft-Dreikampf sein. Also diese klassischen Langhandelsportarten, das kann auch, am Ende kann es von mir aus auch Marathon sein oder Triathlon oder was weiß ich. Also ist im Prinzip egal. Es geht darum, die Leidenschaft für Sport zu haben. Und wenn ich mit Leidenschaft verkaufe, wenn ich hinter dem Produkt stehe, wenn ich das liebe, dann kann man auch mit Authentizität den Kunden gegenübertreten und dann eben auch etwas verkaufen. Logisch.